Bütchen. Eine Institution in jedem Stadtviertel. Mehrere hundert Bütchen prägen das Stadtbild mit. Das Bütchen ist Treffpunkt im Stadtviertel. Hier bekommt man fast alles, was das Herz höher schlagen lässt. Inklusive Klatsch und Pratsch. Man holt hier die Zeitung, Zigaretten und einen leckeren Kaffee. Auch bekommt man hier das Feierabendbier. In manch einem Bütchen kann man Lotto spielen und es dient als Paketannahmestelle. Es ist Treffpunkt der Nachbarschaft. Man kennt sich, man trifft sich und man hilft sich. Für manch einem ist das Bütchen sogar das zweite Wohnzimmer. Köln ohne Bütchen ist unvorstellbar, denn diese gehören zu der Stadt. Wie der Dom, die Altstadt, der Rhein und natürlich der FC.